Gutt... dann laufen wir mal... oder fahren... ähm... zu dem S hier... zu diesen Produzenten da... Jetzt willst du mal ein Auto suchen? Und das sieht schön aus... das können wir eigentlich noch kriegen... Oh ja, der ist gut! Und wieder Rihanna... Oh, wieder Ausrater... So gut... So... Oh, das war knapp... Ach genau, hier sind noch die Filmstudios... da waren wir doch schon mal am Anfang... Hi! Hi, genau... So, mal gucken wo der wartet... Wir parken uns Auto hier einfach... So, mal gucken wo der ist... Ach ja genau, hier oben... Hallo! Komm in, komm in! Thanks! You must be Michael! Ja... You know, I used to have three secretaries... Now I have to make my own coffee and give myself a happy ending! See, the ships are coming in... But the walls will hold us! Nelson in Naples! Pluto! I said Mars, you cocksucker! Shoulder of Orion... Two! Devin Weston said you were a fan! Huge fan! Tell me Michael... Devin Weston... Did he... Does he want you to bump me off? No, not at all! He said you were retiring but might need some help on a movie! Only assholes retire, Michael! Him and my son... They want to put me out to pasture so they can turn this place into condos or a theme park or something! But this place is a dream factory! Well, maybe they have different dreams! Some days... I don't blame them! You know they always say... Never work with children or animals! Well, I want to add to that list! Never work with directors or actors! This picture is gonna kill me! Alright... So what's it about? It's perfect! Set in Liberty City! Meltdown! It's all being shot on green screen right out back there! We take a look at the financial crisis... And then we boil it all down into a really simplistic battle between two yuppies! Lots of training montages! So what's the problem? Milton McElroy! I cast him in the second lead because he's cheap! Zero talent, incidentally! Well, he's got this new agent, Rocco Pelosi! He's been hassling us about renegotiating the deal! So now, he's holding up shooting until he gets paid! That sounds problematic! It would be if the director wanted to shoot! Anton Baudelaire! Ever heard of him? That doesn't surprise me! Now he's having a mental breakdown! Pissing all over himself who knows where! Alright... Looks like you got yourself that new assistant! But no happy endings! I love you already! I'm sorry, but I don't give to Jerry! I'm sorry, but I don't give to Jerry! I'm sorry, but I don't give to Jerry! I'm sorry! I think the car is good! It drives pretty quickly! Well, if we're going to end it at the end.... Oh, he's at the door! I'm sorry, but I'm sorry! Hey, Solomon! I'm just doing that thing! Good, good! Now I realized in my excitement I forgot some details! Ja, das war klar. Du willst dieser Pelosi-Guy clipped. Nein, Gott, nein! Ist das eine Option? Nein, nein, nein. Bad Idee, Bad Idee. No Clipping anyone. Just teach him some manners. Er ist auch in meine Direktor-Ere als auch, wenn du glaubst es. So teach this punk a lesson und bring die Talenten zurück zu sein. Ideally, in einem mehr collaborativen mood. Ich sehe, was ich kann. Sind alle alle in der Club? Ich weiß, dass es nicht so viel als ein Rat-Pit ist. Anton und Milton sollten da sein sein. Und Pelosi ist auf der Weg, um sie zu holen. Er hat sie zu seinem Läufer gebracht. Also, wenn er hört, dass jemand aus dem Studio kommt, er wird ihn schnell raus. Okay, ich gehe ruhig. Ich sehe dich auf dem Set, Boss. Okay, ein neuer Boss. Mal schauen, wenn wir am Ende der Mission das Auto noch haben, können wir das eigentlich mal für unseren Unterschliff, äh, schaffen. damit das quasi gespeichert wird. Weil das gefällt mir echt. Schön schnell. Sieht gut aus und lässt sie auch gut fahren. So, da vorne ist schön der Zielpunkt. Oh je, das war echt knapp. Okay, wo muss ich rein? Hier... Huch... Naja, packen uns das Auto hier, stecken mal aus. ... 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 Okay, wir müssen zum Landeplatz ohne diesen Rocco da zu alarmieren, wie machen wir das denn? Gehen wir durch? Ne, oder? Bestimmt nicht, ne? So, natürlich! Gegen die Wand gerannt, genau! Ne, hier werden wir bestimmt auch nicht hoch können, oder? Na, vielleicht kann man irgendwie hier... Hier! Oder auf die... Wir gehen mal lieber hier hoch, wenn das denn geht, ja! Achso, da kommen wir jetzt nicht mehr rüber! Na okay, dann klettern wir die Leiter hier hoch! Ach, verdammt! Stimmt, hab jetzt gar nicht gedacht! Na ja, okay! Müssen wir ein wenig leise vorgehen? Ach Gott! Das war jetzt nicht sehr stark! So, wir können noch bei der Waffe gucken, dass wir jetzt eine Not, die mit Schalldumper drin haben! Ah, genau! Nur für den Notfall! Haben wir jetzt die Waffe gezogen? Ah, nein! Ne, ziehen wir ruhig das nicht! Okay, die dürfen uns möglichst nicht sehen! Und dann müssen wir... ... in Ruhe oder aufs Dach klettern und nicht das sehen! Weil die gucken ja nicht in unsere Richtung! Also, wenn wir leise sind, müssen wir hier hochkommen! Oh, toll! Das ist noch einer! Gehen wir hier in Deckung... Wo ist der denn? Ach, hier! Ah! Ah! Ja, den können wir doch bestimmt so lautlos ausschalten! Hm, da hat's gerade wieder erkennt! Hm, ne! Erschießen immer lieber nicht! Immer lieber lautlos hinter dem her! Ja! Wenn wir hinter dem sind, müssen wir den doch ausschalten können! Aber wie? Ging das gleich hin? Oh, okay! So anscheinend! Okay, dann müssen wir da vermutlich zum nächsten... Treppe da! Wieder gucken, dass uns möglichst keiner sieht hier! Ach, schon wieder! Okay, da ist er! Okay... Das war knapp! Gut... Gut... Können wir hier durch? Bestimmt nicht, oder? Ne! Na, dann klettern wir mal hier hoch! Okay, hier ist irgendwo einer... Aber wo? Ach, da hat er drüben, okay! Ah! Muss ich hier gehen? Okay, jetzt laupte ein paar weg! Gut, und jetzt müssten wir eigentlich zum Helikopter kommen können! Okay! 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 Das ist eigentlich kein Problem sein! Okay! Mal sehen, wann er aufgibt! Gut, das ging schnell! Okay! Wir werden einen neuen Deal machen! Du lebst meine Leute allein... ... und ich werde dich nicht aus dem Ruf! Okay, ja! Okay! Natürlich, Mann! Natürlich! Okay! Let's get back to the lot! Oh! Oh, den Hufschrauber steigen! Okay! Dann bekommen wir uns Auto wohl doch nicht wieder! Na, okay! Oh, hey! Schau, du kannst ihn bullieren, aber du kannst nicht bullieren, Mann! Wir werden nicht schießen, bis ich einen neuen Deal bekomme! Du kannst nicht bullieren, Talent? Nur mich! Du wirst ein guter Mann sein, wenn ich fertig bin! Ich weiß nicht, wer du denkst, du bist! Du bist einfach auf die Stadion Sicherheit! Ich bin Sicherheit! Ich bin Salomonasen! Ah, okay! Wir sollen den Angst machen, indem wir nah an Gebäuden vorbeifliegen oder dicht an der Brücke also recht gefährlich fahren! Ich habe noch ein bisschen unsere Tränen hier dass ich Angst bekomme Ein bisschen nach unten fahren hier So, dann noch mal der Brücke da durch Ich muss doch dann abheißen, oder? Ja, gut, das hat schon gereicht! Noch schnell abspeichern hier! Ich bin sicher! Okay, ich werde den Schiffen machen! Wir sind die Schiffen! Ich werde alles, was du willst! Ich werde dich verletzen! Und einfach stop! Endlich! Du bist zu deinem Bein! Ich werde dich zum Studio! Oh, hier ist die Schiffen! Oh, hier ist noch mehr von Schiffen! Oh, hier ist noch mehr von Schiffen! Ich werde mich verletzen! Nein! Du solltest mich entschuldigen! Du solltest mich entschuldigen! Du bist so gut! Du bist so gut! Du bist so gut! Du bist so glücklich! Du bist so gut! Du bist so gut! Wenn du sehenst, solltest mich auf den Schiffen! Du sagst, Sorry für die Verständnis, Herr! Und du wirst immer, 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 verraten die Möglichkeiten, du bist! Ich wollte nur ein besseres Bein! Jeder will 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 ein besseres Bein! Aber du hast das beste Bein! Du machst du film! Ja, du hast es so gesehen! Du hast so gesehen! Du hast so gesehen! Du hast so gesehen! Ich hatte nicht die Möglichkeiten, die du hattest! Ich gebe meine左ere Bein, was du machst! Du machst es ein Film! Es ist nicht ein Film! Es ist ein Film! Es ist ein Klischee! Jetzt! Wo bin ich das Ding jetzt? Wenn Devin Weston kam, wenn wir zum Studio besitzen, benutzen die empty Wasser-Tank! Okay! Können wir uns hier aufsteigen? Dann können wir uns hier aufsteigen! Ach! Können die nicht ein paar Meter laufen! Mein Gott! Gleich hier drüben! Na okay! Dann halt nochmal schnell hoch hier! So, dann hier rüberfliegen! Ja! So, jetzt aber... Nicht ganz so ordentlich eingeparkt, aber naja, passt schon! So, jetzt wieder ein Bro! Oh! Ha ha! What a wonderful surprise! Anton, mein Junge! You're an artist! I know that! And this story is the best kind of art! A simplistic cliche ridden pile of dross, that you will turn into magic! Get a grip! I love ya! So, Salomon, Milton here has a little something he wants to say to you! Say it! I just want to say that I'm sorry for any misunderstanding, sir, and I appreciate all the opportunities that you've given me! Of course! Of course! Michael, what can I say? You're a natural! I love ya! You're too kind! No, no! I mean it! I don't mean to presume! But would it be okay if I gave you a shout? This shoot seems cursed for some reason or another! I need an associate producer! I'd love that! We'll talk soon! I gotta go! Oh, hell yeah! Good! That was successful! We also had a new contact! We had... Yeah, 50%! Ah, ok!